Hallo mein lieben Zuschauer und willkommen zurück zu GTA 5, Doomsday Heist, Dakt 3 und ein neuer Vorbereiter zusammen mit Zibi. Hallo, die letzte Mission müssen wir jetzt machen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Oder nicht, schreibt es in den Kommentaren. Falls wir es nicht schaffen, macht nichts. Gibt es morgen noch eine Folge. Oh, ach, das ist die... Ey, das ist dieses Teil, das ist übelst fett und lang. Das kenne ich schon. Also, das habe ich schon mal gesehen. Ich weiß auch noch was, was wett und lang ist. Die Wurst von Dr. Schroberdorf. Warum habe ich pink? Der Bandit. Der Flügelmann, ey. Fliegerass. Ich habe den Torero genommen. Ähm, äh, ja. Was soll ich fliegen und du schießt? Äh, nee, ich möchte... Aber dieses Ding ist richtig schwer zu steuern, ne? Ah, ich habe es auch bekommen mit dem Panzer. Es ist, nein, es ist, es ist trotzdem sehr schwierig zu steuern, weil das so dick ist und, äh, dich sehr schwierig ist, ähm, Boost aufzutreiben. Ich dachte, du wolltest schießen. Ja, da stehst du nicht, ich müsste das mal hinfahren. Du hast ernsthaft dieses lahme Auto, oder nicht? Ist nicht lahm. Kannst du mich abholen? Komm. Ha, mit deinem eigenen Auto. Willst du mit deinem eigenen Auto überfahren? Das ist auch, so sieht dick hier aus wie aus Need for Speed. Scheins. Alter, ich habe noch so wenig Leben. Warte mal, da fährt jemand am Strand. Ja, es ist ein Eppistie. Okay, heil dich erst mal voll. Ah, ich mache das schon automatisch. Ich brauche keinen Snacks dafür, Freunde. Äh, liebe Hupe. Ich mache einfach mein Fenster kaputt. Ja, weil du hupst. Sag mal, jetzt reicht's. Ja. Gut. Ja, das hat mir voll gerecht. Ja, ist schlecht, weil gerade die Codiereeinstellung überlassen ist, weil du geschossen hast. Das war auch zu schießen. Was zur... Der Berg war einfach gerade ganz weg, der neben uns. Der war einfach gerade leer. Ich will, das ist... Ich habe den ausgewählt. Der Tunnel erscheint einfach... Okay. Das ist etwas der Berg für dich. Alter, du... Wie siehst du das in FastPerson, wie das Lenkrad in meinen Beinen wagt? Autsch. Ey, du hast rote Pupillen. Ich weiß. Warum haben alle rote Pupillen oder sowas? Das kannst du beim Frisur machen. Ach so. Habe ich nie gecheckt. Ey, 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 ey. Junge, legt das ja. Leute, die Straße... Was ist mit der Straße los? Das scheint einfach alles so. Die Codiereeinstellung... Die Codiereeinstellung dreht gerade komplett durch. Ich lieber fahren. Bei mir ist das einfach ganz... Nee. Das ist einfach nur, weil ich gerade im Hintergrund das andere Video noch hochlade. Ja, deswegen lass mich lieber fahren, bevor du noch irgendwo gegenwassst. Oder du orientierst dich an den Autos. Ach schon. Und wursch. Alter, du bist... Ach, nee, das sehe ich ja. Ich war extra hier, um mich zu überholen. Aber überholt natürlich rechts. Ey, man überholt nicht von rechts. Genau, von links. Hast du mal gemacht. Also, äh... Motherfucker. Lass mich lieber fliegen und du schießt. Äh, ja. Na gucken. Hä? Gut. Ja, äh, flieg weiter. Flieg weiter. Es ist fett. Das ist übel schwierig zu schätzen. Lass mich doch fliegen. Alter, man kann die F drücken, die kommt mal da rein. Ah, da. Alter. Aber, aber... Wenn das Auto steht da, ein bisschen unpassend habe ich das Gefühl. Nein, wir fahren drüber. Nö, das ist so ein Geschütz, der drückt, irgendwie Waffenkammer zu wechseln, der hat ja eh... ... um so ein Frontgeschütz zu wechseln. Oh mein Gott. Oh, ich darf das nicht selber zerstören. Sag mal, äh, dieses scheiß Auto! Warte, so. Ja, toll. Das ist noch nichts mit dir lassen. Aber jetzt komm ich, glaube ich, vorbei, oder? Warte, also ich kann nur verrückt. Warte. Ja, ich bin... Dieses scheiß Flugzeug! Ja, okay. Dann halte ich gedrückt. Nee, eben nicht. Okay, warte. Wir heben jetzt gleich ab. Wir brauchen richtig lange zu scharten. So, aber jetzt sind wir es. Bomben-Schicht hier zu öffnen. so hoch wir brauchen wir gleich alles ich weiß jetzt oben oder unten? äh, Wollartvoll hat jetzt schon bisschen was abbekommen, ne? Wegen dein scheiß Fahrzeug oh, ähm, ähm, ähm ja gut, ne? njoo, nein, nein, nein nicht machen wir! wir wissen wie das jetzt aber ausgegangen ist was ist das? ja, das sind schon alles auf Störsender Vorsicht, Chopper! Chopper, ja ich mein, Flugzeug Easy Flugabwehr-Raketentürme Vorsicht, du musst jetzt eins gleich zerstören auf, äh, es ist noch ein Weg hierhin hinter uns, hinter uns, warte, warte ich... da ist es, da ist es, zerstörst wo denn? Ich sieh's nicht da, da ja, da ist noch eins ja, Junge, ich kann nicht schießen, wenn du da drüber fliegst da, da vor uns ja, ich muss doch erstmal das hinter uns zerstören oh, da ist schon nix kaputt äh... muss ich wieder umdrehen ich kann auch nach hinten schießen, leider aber ich kann nicht hoch wieso kann der nicht zum oben den Dings wechseln? wir kriegen was ab, äh, schieß mal bitte die Helikopter von oben ab ja, ich kann nicht nach oben wechseln, ich kann nur unten ja, warum? ja, keine Ahnung ja, sagt drücke ihr um die Waffenkamera zu wechseln, haltet ihr eh gedrückt, um das Torgeschütz zu wechseln mach ich doch so, jetzt kannst du wieder abknallen da ist eins, vor uns ja, ich kann... bin ich jetzt oben? ja, ich bin immer noch unten jetzt muss ich wieder abdrehen hä, what the fuck? wie geht das? also, hatte... also, hier sagt ihr, ja eigentlich würde ich mir dieses Flugzeug nie kaufen, weil... jetzt bin ich oben, mein Gott weil's einfach zu breit ist ey halt was still hier oder... oder sollen wir das uns irgendwann mal kaufen? ich weiß nicht ich warte, das... warte, bleib ruhig, bleib ruhig da hinten ist der Geschütze, das kann ich von dir auch treffen ja, ja, ja ja, doch knall sie ab ja, Junge du kannst... ich würde das lieber von unten machen mein Gott hab ich's? ja, hab ich gut nee, hab ich nicht ach, das hat mir gerade schon ja ok super super ok 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 ja ja ja, was hat sich keine Raketen oder... ja, wenn es böse ist, wir sind zu zweit, das heißt, ich kann nicht es dauert, bis ich hier mal... ich versuche erstmal die ganzen Dinger hier abzupallern da ist eins ok, habe ich wunderbar der vor uns haben wir's? ne ne, doch nicht halt einfach so bleiben, einfach so bleiben, ja gut ja gut vorsicht was? dann bist du denn Bob, Mann, wir sind doch... wir sind doch... ne, Clifford, was willst du, hä? ist nicht Clifford wer denn dann sonst? ja, evon also... achso, evon genau, was willst du, evon? der Clifford ist der computer ja, ja, der macht ja auch damit ja, ja, der macht ja auch damit Achtung, Rakete von unten ruhig halten haben wir nice, ich drehe nochmal ab ne, direkt vor uns sind auch welche oh God unter uns, nee euhh ich alls seh keine, warum seh ich keiner? ich will einfach mal ein seite und eine luft machen mit dem Ding Nähe vielleicht ist es schwierig aber trotzdem ja trotzdem machen wir es nicht weil wir uns jetzt auf die Mission konzentrieren müssen ja ich weiß okay oh die sind alle hintereinander ja gut ne hier sind Nummer eins wo ist das zweite haben wir nicht da ah doch hab ich doch nächstes großes großes da kannst du halt still haben wir sowas wir wurden abgestroffen unter uns haben wir nicht wieder da ist noch eins haben wir Jets? gleich kommen Jets? haben wir ja wir versuchen oh da kommen gleiche den wir auch haben nein nein das sind nicht gleiche das sind äh die Volatil äh ne das Volatil ist das Ding hier ach doch geht aus ja warte zieh doch runter das kann ich nicht ballern ja der verfolgt unser wildes Raketen abballern bestimmt zieh ich jetzt runter das wird es schon tot nein warum machst du denn Bomben damit triffst du doch bei uns ich hab keine Bomben ich benutze sie auch nicht doch hast du doch grad abgeworfen nein hab ich nicht ach da sind diese Bullets wo denn wo denn nach da nice da oben ist noch eins siehst du es oh sie ging nur noch einer okay hinter uns sind paar Jets die wollen uns umbringen die ist schon tot vor uns jetzt noch eins da oben auf dem Berg haben wir als wenn das jetzt die Vorbereitung war okay zurück zum flugplatz nirgendwo einmal hör auf A2 geht auf es geht ich könnte es noch mein drittes Mal machen nein jungen jetzt fahr einfach das Fahrwerk aus damit ich ordentlich landen kann das ach lol was schon mal die aber auch ein Tag etwas passiert ist das das hier trainiert es geilt ok ich glaube ich kann einfach mit drin rumlaufen und dann hier wie du läufst drin rum ja fast passlich hätten bisschen rumlaufen also ich wechsle von einem zum anderen ach so also nicht rumlaufen gut ich sehe dich aber warum konnte ich aber es ist geil das ding oder kann sich das spät in der aufnahme mal hier hinten sitzen zwei bilder weil er ist jetzt zum anderen so ziehst du die besser ich verlangsame uns jetzt ein bisschen wieder gas damit wir nicht komplett runterklatschen also du siehst die bilder schön in der aufnahme ungefähr bei 13 23 ich merke dir das jetzt zur landung an landung erfolgreich war die kamera gerade auch gerade auch bei dir bei mir als wenn das jetzt schon war älter war das einfach ist so aber es war schon geil oder ja gut ich hab die ganze türme zerstört ja von daher level 53 äh levels 81 du bist bald level 100 alter ja nur noch ein bisschen dann kann ich mir endlich eine panzerfaust holen und vielleicht auch dann mit dem minigun aber so was machen wir jetzt auch in den letzten fünf minuten chillen grillen noch mal ach so stimmt gleich 8 uhr ja chillen grillen noch mal chillen äh 8 uhr du hast grad gesagt gleich 8 uhr äh äh ja gleich 8 uhr sag ich dir doch ich weiß was wir machen wir versuchen ane geld zu treiben geht ja gar nicht mehr was rauch ich denn da bin ich dabei äh ne doch du bist auch drinnen aber irgendwie nicht hier ich lade noch oh hier steht ein kargobob und ein titan oh ich nehm den äh äh was soll wir nehmen ich nehm den kargobob ich angle ein bisschen warum ladest du so lange mein gott ich vermöse ob ich den titan ein bisschen angeln kann es kommt es ist einfach nicht mehr lustig diese scheiß ladzeiten sind mit eewigkeiten warum steht den titan ey leute kriegen wir das hin ok man kann den gar nicht an an den haken nehmen schade ne kann man nicht kriegt man ein auto wo du einsteigen kannst ja ich bin da moin wollen wir titan nehmen ja ich will ich hole mal kurz ein auto ich präge es zu deiner basis ach so lass mein auto in ruhe sag mal ja ich verstehe es hier nicht ich präge es zu deiner basis nein komm steig beim titan ein ich will dass wir äh vielleicht komm steig ein ach fünf minuten noch steck jetzt ein komm ich will weißt du was steck äh komm steck aus und wir rauchen zusammen eine ne ah ja jetzt hab ich es komm steig wir komm wir stellen uns zusammen hier hin und rauchen eine willst du dich in dein auto einsteigen nein steigst du dich in dein auto nicht zerstören ja dann steck jetzt aus und komm komm du hast dein eigenes auto gerade zerstört warte kann ich dich äh umbringen eigentlich rannte rettisch ja aber was ist denn was ist denn hör auf wie wieder rakete hast du alter mitten in mein gesicht ja und damit bleibt mir das video vielen dank fürs zuschauen machts gut und ciao heute wird gamer